So, herzlich willkommen mal wieder zum d3.com Podcast. Heute haben wir mal wieder ein neues Thema hier, einen neuen Gast. Wir reden mit Anna Knarr, Head of Account Management von Turbo aus München über On-Site-Personalisierung. Dazu werden wir gleich noch ein bisschen mehr von dir erfahren, Anna. Aber erzähl doch erst mal so ein paar Sätze zu dir. Wie kommst du dazu, heute Head of Account Management bei Turbo zu sein? Was hast du vorher gemacht und was bringt dich in diese ganze spannende Branche? Ja, vielen Dank erst mal für die Einladung. Und da bin ich ja so ein bisschen selbst eingeladen. Trotzdem herzlich willkommen. Und auch immer schön in Hamburg zu sein. Ich bin ja aus München. Heute leider mit nicht so gutem Wetter, aber gestern sehr, sehr schöner Tag in Hamburg gewesen. Deswegen vielen Dank. Und ja, wie komme ich dazu? Das frage ich mich manchmal selber. Aber ich glaube, der Background ist tatsächlich ein bisschen näher zu euch auch oder ein Thema, was ihr sehr gerne auch hier im Podcast besprecht. Ich war sehr lange in Programmatic. Ich habe angefangen damals bei IntelliAds, war meine erste Station, so ein bisschen Tracking und Bitmanagement und dann ja auch ins ATB eingestiegen. Das war allerdings schon der Punkt, wo ich dann den Absprung gemacht habe und zu Quantcast gegangen bin. Die kennt ihr, glaube ich, auch sehr gut, auch die 3-Konten und so immer auf den Bühnen dieser Display-Welten unterwegs und habe da so drei, vier Jahre lang mit denen auch das Deutschlandgeschäft aufgebaut. Ja, ich glaube, relativ erfolgreich auch die ersten Kunden akquiriert, so ein bisschen auch mit dem USA-Markt gekämpft, was Deutschland braucht, um eben auch im Programmatic erfolgreich zu sein. Und da so eigentlich fast alle Kunden betreut, die wir damals da hatten. Ich fand, dass es nach der Zeit so ein bisschen Stillstand bei uns einfach gab in der Branche. Es war so, ja klar, das Thema Attribution wurde dann immer wichtiger und so. Und man hat schon auch Themen mit Kunden gemacht, die irgendwie ein bisschen innovativ waren. Aber ich glaube, im Vergleich auch zu anderen Ländern waren wir da deutlich langsamer, würde ich behaupten. Und was mich immer fasziniert hat, war, dass wir so wahnsinnig viel Geld in diese Kanäle gesteckt haben, ob das jetzt eben ein SEA oder ein Affiliate oder dann ein Display-Programmatic ist. Wirklich auch Millionen ins Branding, wo nicht mal richtig kontrolliert wird, was kommt denn eigentlich am Ende bei raus. Und dann aber überhaupt nichts auf der Seite der Kunden passiert. Also egal, von wo ich komme und egal, was ich gerade getan habe, die Startseite auf der Kundenseite sieht immer gleich aus. Und ich glaube, auch damals schon, natürlich wie immer, USA-Vorreiter, die haben das, glaube ich, zu der Zeit schon deutlich smarter gemacht als wir, habe ich mir gedacht, irgendwie muss man das doch besser machen können. Und genau zu diesem Zeitpunkt hat Turbo eben auch jemanden gesucht, der das Account-Management übernimmt, was natürlich mein Steckenpferd ist. Also ich habe Kundenbetreuung sieben Jahre lang jetzt gemacht. Und das hat natürlich thematisch mich total interessiert. Ich fand das Produkt cool. Ich kannte die Leute, die das gegründet haben, sehr gut und wusste, da sind ein paar schlaue Köpfe unterwegs. Und habe dann relativ schnell auch gesagt, okay, da habe ich Bock drauf, das möchte ich machen. Bin gestartet vor zwei Jahren dort mit zwei Leuten bei mir im Team. Hättest du mich gefragt, wie das in zwei Jahren ausschaut, hätte ich wahrscheinlich nicht geantwortet, dass ich jetzt mit 13 Account-Managern in München im Office sitze und wir doch auch relevant große Kunden jetzt in den letzten Monaten gewonnen haben, weil es einfach deutlich schneller ging, als wir erwartet hatten. Aber ich glaube, das liegt eben genau daran, dass wir mit dem Thema den Zahn der Zeit treffen. Und für mich ist es natürlich super, weil ich eben dieses ganze Thema Advertiser-Seite und dann aber eben auch den E-Commerce miteinander verknüpfen kann. Das war eben davor nicht so möglich. Und das hilft natürlich auch, wenn es so ins Thema Beratung geht, den Kunden auch so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, was funktioniert gut, was können wir mal ausprobieren. Und die Kunden werden auch immer mutiger. Das heißt, jetzt wird es langsam interessant. Jetzt werden wirklich Datentöpfe irgendwie untersucht und man macht echt smarte Strategien, die man Leute noch gezielter ansprechen kann. Und da merkt man, dass echt sich in der Branche auf jeden Fall einiges tut. Sag mal so ein paar Beispiele für die Leute, die noch nicht so genau verstanden haben, was jetzt On-Site-Personalisierung bedeutet. Wer sind so beispielsweise ein paar Kunden und was genau machen die damit? Was sind so die typischen Beispiele, womit wahrscheinlich ein Kunde dann auch anfängt? Was sind so die Low-Hanging-Fruits in der On-Site-Personalisierung, was man da macht? Ja, wir haben natürlich so Klassiker, die wir auch schon seit zwei, drei Jahren machen, also schon vor meiner Zeit, die aber auch in den meisten Fällen gut funktionieren. Wir haben zum Beispiel mit jetzt Karstadt-Galeria-Kaufhof, damals noch Kaufhof, einen Case gemacht, der nennt sich bei uns sehr Entry, ist aber im Endeffekt einfach nur eine Recommendation, die beim Einstieg auf eine Detailseite angezeigt wird. Und anstelle davon, dass man sie eben irgendwo im unteren Scroll-Bereich der Seite sieht, sieht man sie direkt unter der Navigation. Sie ist schmal genug, dass man trotzdem immer noch das Produktbild und auch die wichtigsten Produktinformationen sieht. Aber man hat halt sofort Alternativen, weil eine Suchmaschine ist für uns ja wie eigentlich meine Navigation, nur ohne, dass ich auf einer Shop-Seite bin. Das heißt, wenn ich nicht sofort mein Produkt sehe, was ich möchte, gehe ich direkt zurück in die Suchmaschine oder gehe direkt zurück in die Produktlisting-Apps oder wo auch immer ich mich gerade befunden habe. Und das hat natürlich dazu geführt, dass eben die Bounce-Raten verringert worden sind, dass Conversion-Values auch teilweise erhöht worden sind, weil man vielleicht auch noch einfach ein zweites Produkt kauft oder so. Und das ist was, was tatsächlich im Retail und im E-Commerce jetzt mittlerweile unsere Kunden fast alle machen. Und das funktioniert, glaube ich, sehr gut. Was mehr kommt und wo ich ein großer Fan von bin, deswegen versuche ich auch immer alle so ein bisschen davon zu überzeugen, das zu probieren. Und das ist sehr einfach. Tatsächlich ist diese Startseiten-Personalisierung. Also man einfach sagt, wenn ich weiß, dass jemand eben Interesse an einer gewissen Kategorie hat. Mein Beispiel ist immer so zum Beispiel Yoga. Wenn sich eine Person sehr intensiv mit Yoga-Produkten beschäftigt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Person Yoga macht und auch ein Yoga-Produkt kaufen möchte, halt einfach sehr hoch. Warum sollte sie dann auf der Startseite einen Mann beim Gewichtheben sehen? Das macht einfach keinen Sinn. Das heißt, dann einfach eine Frau anzuzeigen, die halt gerade beim Yoga sich streckt und sich wohlfühlt, ist einfach natürlich eine ganz andere Kommunikation mit dem Kunden. Aber woher wisst ihr das? Also sind das Daten, die dann, du sprichst jetzt ja, hast du glaube ich nicht so erwähnt, du sprichst wahrscheinlich von einem Kunden, der irgendwie in einem Sport-Online-Shop ist für Sportgeräte oder Sportartikel. Genau. Woher weißt du denn, wer dieses Nutzerprofil ist, der da gerade auf der Startseite ist? Geht das nur in einem Fall, dass diese Person schon eingeloggt ist oder gibt es auch eine Möglichkeit, da irgendwie externe Daten mit anzuschrauben, aus denen man vielleicht prognostizieren kann, dass es wahrscheinlich eine Frau ist, die sich für Yoga interessiert? Ja, also sowohl als auch. Wir persönlich arbeiten tatsächlich nur mit First-Party-Data, aber wir analysieren halt das On-Site-Verhalten vom User. Das heißt, wenn eben jemand zum Beispiel drei Detailseitenaufrufe in der Kategorie Yoga hatte, dann würden wir ihn eben zum Beispiel für 24 Stunden, das kann man natürlich definieren, in ein fiktives Segment Yoga stecken und dann sagen, okay, wir wissen, dass diese Person sich für Yoga interessiert. Es gibt natürlich auch Kunden, die haben noch externe Datenquellen wie eine DMP, wo man dann sogar Informationen wie vielleicht das Alter und so weiter bekommen kann. Das Geschlecht ist immer spannend, das können wir jetzt so nicht erkennen, außer eben über Log-in-Daten. Aber so kann man das ganz gut, glaube ich, kombinieren. Und dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, auch mit, das kommt, glaube ich, jetzt immer mehr, CRM-Daten mit einfließen zu lassen. Das heißt, mit einer CDP zu arbeiten und zu sagen, hey, wir wollen eben nicht nur, wir haben ein stationäres Geschäft und wir wollen nicht nur das On-Site-Verhalten berücksichtigen, sondern wir wollen auch wiederkehrende Käufer, die stationär sind, mit besonderen Angeboten irgendwie locken und so weiter. Und dann wird es natürlich richtig interessant, aber da muss man auch sagen, sind noch nicht so viele soweit, das alles wirklich so abzudecken. Ich glaube, das kommt gerade. An welcher Stelle wird am Ende gemessen, was jetzt so eine Kampagne, wie du so beschrieben hast, entweder auf so einer SEA-Landing-Page oder auch so eine Startseiten-Geschichte, wie du so gerade beschrieben hast. Wo wird am Ende gemessen, was für einen Uplift die wirklich bringt? Das hat ja auch noch so seine Komplexitäten wahrscheinlich. Macht ihr das? Macht der Kunde das selber? Ist das eine Kombination? Es ist meistens eine Kombination tatsächlich. Wir sind ein großer Fan davon, allen Kunden auch anzuraten, mit externem Tracking zu arbeiten, weil natürlich gibt es auch immer irgendwie ein internes Attributionsmodell und die haben ihre eigene Art, Kampagnen zu bewerten. Die muss nicht immer der Turboart entsprechen. Und deswegen ist es natürlich völlig legitim, das auch in diesen Kontext zu stellen. Wir tracken selber auch alles mit. Das heißt, wir haben eben auch Auswertungen. Wir versuchen natürlich alles immer auch als Test aufzusetzen. Das heißt, eine Kontrollgruppe zu haben, die eben nicht diese neue Maßnahme zeigt, um auch sagen zu können, okay, es hat einen Uplift oder keinen gebracht. Und ganz, ganz wichtig ist halt vorher auch drüber zu sprechen, was ist denn eigentlich mein Ziel? Es gibt natürlich Kampagnen, die haben keinen Einfluss auf die Conversion-Raten. Die haben vielleicht einen Einfluss auf Klick-Raten oder auf Interaktions-Raten oder was es nicht alles gibt. Aber da muss man eben vorher drüber sprechen. Und klar, ich würde sagen, 70, 80 Prozent unserer Kampagnen sollen immer als Ziel haben, mehr Umsatz oder mehr Käufe zu generieren, weil am Ende des Tages will der Kunde natürlich auch Geld verdienen. Und nicht immer funktioniert alles gleich. Das muss man auch ehrlich sagen. Also ich bin keine Person, die sich hinstellt und sagt, ihr müsst nur, wenn ihr mit uns arbeitet, werdet ihr automatisch reich. Sondern es ist halt ein Ausprobieren und ein Sich-Herantesten. Wie tickt mein User? Was findet der gut? Was findet der schlecht? Und dieses Bewusstsein, glaube ich, wird jetzt immer mehr gestärkt, auch in den Teams. Und auch, es werden Stellen dafür geschaffen. Also es gibt dann halt eben den Head of Personalization oder sowas. Den hat es, glaube ich, vor zwei Jahren so noch nicht gegeben bei uns. Ja, okay. Was mich interessieren würde, also was du gerade mit diesen SEA-Landing-Pages beschrieben hast, dass man da dafür sorgt mit eurem Tool. Der Kunde kommt über ein Suchwort wie zum Beispiel jetzt ein grünes Fahrrad oder so und landet auf einem bestimmten grünen Fahrrad und kriegt halt nochmal ein paar ähnliche grüne Fahrräder irgendwie in einer Auswahl angezeigt, in einer Recommendation. Das ist, glaube ich, der eine Case, den du beschrieben hast, der nicht so unplausibel ist, weil das verhindert, dass Leute irgendwie zur Suche zurückgehen und den nächsten Job ausprobieren, wenn sie da mehr Auswahl haben. Das klingt ziemlich plausibel. Ich habe noch ein Beispiel, aber ich habe vorhin nochmal auf eure Webseite geschaut und so gesehen, was ihr auch könnt. Das ist ja so ein schon mittlerweile relativ oldschooliges, naheliegendes Thema, dass man da irgendwie sagt, weil es gerade in München regnet oder weil gerade die Sonne scheint, macht man darauf jetzt irgendeine Personalisierung dahin auf so externe Daten. Und Wetter sind so wahrscheinlich nicht auch deswegen so ein klassisches Beispiel, weil das relativ leicht irgendwie zu kriegen ist, kostet kein oder wenig Geld und kann man irgendwie leicht machen. Die Frage ist nur, was macht man in den meisten Jobs mit solchen Informationen? Hat man jetzt im Sportladen besondere Laufschuhe, die man anbietet, die für nasses Wetter sich eignen? Macht das wirklich Sinn? Hast du da ein paar Erfahrungen? Ich freue mich, dass du dir genau das Thema rausgepickt hast, weil es eins meiner absoluten Lieblingsthemen ist. Ich schrauz das allen unseren neuen Kunden auf, dass sie es testen sollen, weil es unheimlich gut funktioniert. Es ist erstaunlich, was das Wetter mit uns macht, was eben unser Kaufverhalten und unsere Stimmung angeht. Also ich bin das perfekte Beispiel, ich hasse den Winter und das ist so, dann bin ich frustriert, dann kaufe ich irgendwie mehr. Ich brauche ganz warme Klamotten, weil ich immer friere. Und das ist bestimmt natürlich mein Kaufverhalten maßgeblich. Das ist tatsächlich jetzt ein Kunde auch aus dem Sportbereich, kann den Namen nicht nennen, aber wir haben einen Test gemacht, wo wir einfach gesagt haben, ab einer gewissen Temperatur zeigen wir wirklich die Daunenjacken an, die auch als quasi Attribut hatten, dass sie besonders wärmend sind in sehr tiefen Temperaturen. In den Regionen, wo es schon viel geschneit hat, haben wir dann tatsächlich auch Skier und so weiter angezeigt. Die sind ja auch häufig dort, wo auch das Skigebiet in der Nähe ist und die Leute eben eher zum Skifahren gehen. Und ich glaube, alles andere hatte dann den Standard-Teaser, der zu der Zeit irgendwie Wander-, Winter-Ausrüstung war oder sowas. Und es hat extrem gut, ich glaube, wir hatten zwei-, dreimal so hohe Klickraten wie normalerweise. Ich kann jetzt leider nicht sagen, was es eben am Ende an Umsatz gebracht hat, aber einfach wirklich die Interaktion mit dem Thema hat man sofort gemerkt, dass das wirklich, wirklich was einfach tut mit den Leuten. Und deswegen habe ich das natürlich dann mit anderen Kunden auch ausprobiert. In Fashion ist es, glaube ich, sehr simpel. Im Travel haben wir es ausprobiert. Da ist es natürlich auch klar, wenn es jetzt bei uns schönes Wetter hat in München, dann ist es eher so, dass ich halt vielleicht ein langes Wochenende am Gardasee mal plane, weil es ist in der Nähe von mir und ich kann kurzfristig da auch hinfahren. Wenn es jetzt im Winter schlechtes Wetter hat, dann überlege ich halt vielleicht schon, okay, im nächsten Jahr so Februar, wo könnte ich denn hinfliegen, wo es jetzt gerade schön ist dann in der Zeit und versuche dann mir da Inspiration eben zu finden. Und entsprechend kann man dann halt sagen, hey, keine Lust mehr auf graues Regenwetter, wie wäre es denn mit der Karibik im Januar oder so. Und da gibt es schon coole Use Cases und das sind halt so Sachen, die sind auch so simpel umzusetzen. Das ist das Schöne daran. Also eine Recommendation ist immer ein bisschen schwieriger. Da will man die Produktlogik perfekt haben. Man will, dass das wunderschön ausschaut auf der Seite. Aber einfach nur so einen Teaser mal einzublenden auf der Seite. Ja, gar kein Problem. Ja, interessante Idee, was ich gerade auch noch irgendwie rausgehört habe, dass es ja auch nicht nur Daten, nicht nur Wetter, sondern auch Location Daten sein können. Wenn ich ein Sportladen bin und einen Neukunden habe, über den ich überhaupt nichts weiß, außer dass er entweder aus Kiel oder Berchtesgaden kommt, macht es natürlich auch Sinn zu sagen, entweder Skier oder vielleicht Kitesurf Ausrüstung oder so. Das sagt ja allein die Location schon mit einer ziemlich hohen Wahrscheinlichkeit auch, dass es sinnvoller ist, dem Kieler Kitesurfzeug anzubieten und nicht Skier. Definitiv. Also und dann, und da habe ich witzigerweise gestern drüber gesprochen, als wir auf einem Event waren. Was wir auch total wenig machen, ist so eben so, ich sag mal, Location-based Services zu nutzen, um die Leute in dem Moment, in dem sie vor Ort sind, auch in den Laden zu locken. Das ist natürlich auch noch eine ganz spannende Geschichte, weil wir haben zum Beispiel so die ganze Münchner Riege, die alle so in der Innenstadt sind und auch ja sehr, sehr erfolgreich E-Commerce machen. Aber das stationäre Ladengeschäft ist für die natürlich ein total großes Thema. Und ich glaube, die haben alle eine sehr gute Multi-Omni-Channel-Strategie und die sagen halt, okay, wenn ich jetzt in dem Store in München gerade irgendwie ein Event habe, zur Wiesnzeit zum Beispiel, wo eben Models da sind, die die Dirndl vorführen oder sowas, dann will ich ja in dem Moment den User auch davon überzeugen, in den Laden zu kommen. Das heißt, der ist gerade in der Innenstadt und kriegt dann halt eben eine Information darüber, oh, guck mal, wir haben ja übrigens gerade ein Event. Oder er ist noch zu Hause und ist aber eben im Umkreis irgendwo unterwegs und kriegt dann halt eine Information, hey, wir haben im Event morgen. Komm doch vorbei. Hier ist deine persönliche Einladung. Nur für dich. Ganz, ganz speziell. Ja, was mir dabei aber noch vorhin schon zu denken gegeben hat, ist so die Frage, du musst ja dafür, um das zu können, auch relativ tief integriert sein in Shop-Systemen. Und das ist meine Erfahrung. Ich habe sowas vor längerer Zeit auch mal in einem Business gehabt, das irgendwie so mit diversen Online-Shops auf allen möglichen verschiedenen Shopping-Plattformen gearbeitet hat und denen versucht hat zu erklären, baue mal hier irgendwie so ein Stück Software von uns ein. Das war immer eine ziemliche Hölle, weil die gesagt haben, stell dich bitte hinten an, wir haben hier eine riesige Liste von Dingen, die wir vorher noch machen müssen und alle möglichen Zahlungsschnittstellen und irgendwie sonst was für Retourenmanagement und was die alles noch für Themen haben, an denen sie so umschrauben. Die haben ja keine Langeweile. Du bist jetzt wahrscheinlich nicht so sehr im Onboarding-Prozess drin, aber du kriegst das bestimmt schon mit, die Zeit, bis so ein Kunde sagt, hat er Bock drauf, will er ausprobieren und bis das live geht, die ist manchmal erschreckend lang wahrscheinlich, oder? Ja, also Tracking an sich ist ein spannendes Thema, weil auch große Kunden, die auch relevant Umsatz machen, trotzdem immer noch vor einer großen Herausforderung stehen, wenn große Integrationen vorliegen. Unser Tracking ist jetzt an sich nicht so wahnsinnig komplex, wird meistens über den präferierten Tag Manager eingebaut, aber auch da kann es tatsächlich mal irgendwie ein, zwei Monate dauern. Wir arbeiten daran, dass wir den Kunden auch einfach unterstützen können, das heißt, wir haben jetzt einfach auch Spezialisten, die sagen, wir können denen einfach unter die Arme greifen bei der Integration, wenn sie es uns erlauben natürlich, ist ja auch immer ein Datenthema. Und dann geht es natürlich deutlich schneller und für uns ist es auch deutlich einfacher, weil wir wissen dann auch, das passt alles genauso, wie wir es brauchen. Aber es ist auf jeden Fall eine Herausforderung und klar, das ist für wahrscheinlich jeden, auch werbetreibend, denn wir haben es damals bei Quantcast auch nicht anders gehabt, sobald eine Integration vonstatten kommen muss, müssen halt Ressourcen frei gemacht werden. Ja, wobei so ein Tracking mit einem Pixel im Footer ist ja noch was anderes, als wenn ich irgendwie auf der, ich muss ja, ihr müsst ja auch irgendwo in den Landingpages integriert sein und die Möglichkeit haben, halt wirklich mitten im Content des Shops irgendwo was anzuzeigen. Das ist ja nochmal eine Nummer komplexer als nur ein Pixel im Footer, oder? Ja, also so komplex ist es tatsächlich nicht. Es ist schon komplexer als das, aber es sind sehr kurze JavaScript-Fetzen, um nochmal ins technische Detail zu gehen, die halt an verschiedenen Stellen eben um einen Product View oder halt eine Sale zu tracken, irgendwo hinterlegt werden müssen. Aber es sitzt auch kein Hexenwerk. Also es sind schon Sachen, die der Kunde standardmäßig auch mit anderen Dienstleistern macht. Was wir natürlich jetzt immer mehr haben, ist, dass dann auch, wenn sich jemand entscheidet, langfristig mit uns zu arbeiten, die Integration nochmal überdacht wird, weil wir wollen ja zum Beispiel das schnellstmögliche Ergebnis haben. Wir wollen einfach sehr schnell geladen werden, damit eben auch keine Veränderung des Contents für den User sichtbar ist und so. Und dann ist es so, dass die meistens dann tatsächlich direkt auf der Seite eingebunden werden. Und dann ist es nochmal eine andere Herausforderung. Mit dem Tag Manager geht es meistens doch dann irgendwie relativ schnell. Okay, das heißt, es gibt also grundsätzlich oder theoretisch auch zwei Möglichkeiten, dass du halt richtig mitten im Content integriert bist, dass der Kunde gar keinen Unterschied sieht, dass das irgendwie vielleicht ein Recommendation ist, die von Turbo kommt und nicht von Kaufhof oder so. Aber was ja noch einfacher geht, das hast du glaube ich auch schon erwähnt im Vorgespräch, dass ihr auch so eine Art Exit Intent Pop-up machen könnt, wo dann irgendwie nochmal ein Gutschein angezeigt wird oder so für die Leute, die vielleicht wegen des Preises gehen. Ja, also ist ja tatsächlich ein Klassiker. Ich glaube, man kennt, was man standardmäßig wirklich kennt, ist halt dieses, melde dich doch noch zum Newsletter an, wenn man die Seite verlässt. Das kann man natürlich auch und das machen mittlerweile auch viele unserer Kunden noch ein bisschen smarter machen. Das heißt, ich zeige halt, ich habe Produkte im Bahnkorb und verlasse die Seite, dann zeige ich die nochmal an und sage sicher, dass du schon gehen willst. Vielleicht gebe ich sogar noch einen 5-Euro-Gutschein mit, der aber nur 60 Minuten gültig ist, um halt maximal Druck auf den Kunden auszuüben, jetzt in diesem Moment zu kaufen. Und da haben wir vorhin ganz kurz schon drüber geredet. Und was ich total spannend finde, ist eben einfach eine Interaktion mit dem Kunden mit einer sinnvollen Ansprache zu kombinieren. Das heißt, was ja gerade total in ist und ganz viele Kunden machen und das auch, glaube ich, super smart ist, ist eben den Kunden abzufragen, bist du eigentlich zufrieden mit uns über so eine Art NPS oder auch eine Umfrage? Und was wir aber halt nicht machen, klar, wir werten das dann irgendwann mal aus und dann sagen wir wahrscheinlich im Marketing-Meeting einmal im Monat, unser NPS ist gut, wir müssen uns keine Sorgen machen oder die Kunden wünschen sich, dass wir einen Wunschzettel integrieren oder was auch immer dabei eben rauskommt. Aber was wir nicht machen, ist mit dieser Reaktion, die der Kunde in dem Moment auf der Seite zeigt, auch sofort etwas anstellen. Und ich habe mir überlegt, das wäre ja eigentlich total sinnvoll, wenn eben, ich weiß, ein User ist nicht für den Newsletter angemeldet, ist aber total zufrieden, hat gerade mit einer 10 auf meinen MPS geantwortet und schreibt auch noch rein, hey, ihr seid der beste Shop der Welt. Warum frage ich den denn dann nicht in dem Moment, ob er sich nicht auch noch für unseren Newsletter anmelden möchte? Oder vielleicht seine Freunde einladen oder so. Genau, oder seine Freunde einladen möchte, Freunde werden Freunde oder ich habe vielleicht eine Karte, eine Treuekarte oder so, die er noch nicht hat. Dann zeige ich ihm an, hey, du bist doch eh schon so ein guter Kunde, willst du dich da nicht anmelden? Gibt es auch noch irgendwie Goodies dazu? Und wenn jemand eben sehr unzufrieden ist, dann kann man das auch nutzen, um sich zu entschuldigen und zu sagen, hey, es tut uns leid, das ist gerade wohl nicht so gut gelaufen ist. Wir arbeiten natürlich dran, unseren Service zu verbessern und als Entschuldigung bekommst du auch noch irgendwas von uns. Und das ist so, glaube ich, dann das nächste Level, was wir jetzt langsam erreichen müssen, dass wir eben mit den Informationen, die die Nutzer bereit sind, uns zu geben, und das sind ja leider nicht so viele, das heißt, die, die wir haben, die sollten wir auch sinnvoll nutzen, dass wir daraus dann auch eben ein tolles Ergebnis zaubern im Endeffekt. Hast du noch ein paar Beispiele, ist vielleicht auch nochmal als Inspiration interessant für unsere Hörer und Zuschauer für so Hebel. Du hast ja schon so ein paar genannt, wie jetzt irgendwie das Pricing-Thema und irgendwie vielleicht auch so eine NPS-Auswertung als Hebel, an dem man ansetzen kann, um Conversion zu steigern oder das Wetter und Location hatten wir schon. Gibt es noch so ein paar Beispiele, wo du sagst, das funktioniert bei den meisten unserer Kunden als Hebel, an den man ansetzen kann? Also was natürlich immer mehr ein Thema ist, ist das ganze Thema Mobile First. Also unsere Kunden kommen bewusst auch auf uns zu und sagen, wir wollen wirklich hauptsächlich im mobilen Bereich optimieren, weil erstens unser Shop-System dort noch gar nicht so gut funktioniert, weil wir halt lange Zeit eben versucht haben, Desktop zu optimieren. Und zweitens, wir plötzlich 70 Prozent mobilen Traffic haben und 30, 40 Prozent mobile Orders, was auch noch vor einiger Zeit ganz anders war. Das heißt, es wird natürlich immer relevanter und es ist halt auf mobilen Endgeräten, auch wenn die größer geworden sind und so, ist es trotzdem einfach manchmal unangenehm zu kaufen, sind wir mal ganz ehrlich. Und da gibt es so Sachen, die tatsächlich super gut funktionieren. Also ich habe zum Beispiel, wir haben so einen mobilen Kaufen-Button, nennen wir den. Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ich eben das in den Warenkorb legen nicht mehr auf der Seite sehen kann, wird der einfach bei Scrolltiefe angezeigt. Und ohne, dass ich wieder komplett zum Anfang der Seite scrollen muss, kann ich das Produkt in den Warenkorb legen oder kann irgendwie was auch immer kaufen. Oder eben auch einfach, wenn ein befüllter Warenkorb vorhanden ist, den halt immer irgendwo auf der Seite noch anzuzeigen, meistens im rechten unteren Eck, um dann direkt in den Warenkorb springen zu können. Auch wieder, ohne dass ich vielleicht zur Navigation hochscrollen muss oder vielleicht sogar noch in die Kategorie-Seite wechseln muss, weil es einfach schwierig ist, sich zurechtzufinden. Und das sind so Sachen, die tatsächlich auch immer noch sehr wenig Kunden machen, erstaunlicherweise. Hat mich auch gerade ein bisschen überrascht. Also das klingt ja auch eigentlich so, als müsste das eigentlich auch ein Standard-Feature von einem Shop-System sein. Da seid ihr so ein bisschen das Notrad an dem krüppeligen Shop-System. Ja, also ich meine, man muss ja auch ehrlich sein, wir haben ja das Rad auch nicht neu erfunden. Also dieses, was wir sehr Entry nennen, das macht Amazon schon ganz, ganz lange. Also es gibt ja Leute, die diese Dinge sehr erfolgreich schon getan haben und da sind wir so ein bisschen natürlich auf den Zug mit aufgesprungen. Aber klar, es gibt Kunden, die haben solche Sachen auch schon. Und es gibt auch Shop-Systeme, die sowas standardmäßig anbieten. Aber die Erfahrung ist auch, dass ganz, ganz viele Leute gar nicht mit der aktuellsten Version ihres Shop-Systems arbeiten oder halt jetzt gerade in einem Relaunch-Prozess sind, der vielleicht ein Jahr dauert oder so, bis sie überhaupt diesen Punkt erreicht haben. Und deswegen ist es schon so, dass, glaube ich, auch so ein Personalisierungsdienstleister, wie wir es eben sind, häufig auch einfach wirklich so IT-Support sind. Wenn man dann halt mal was ausprobieren möchte oder vielleicht auch dann für den Relaunch entscheiden möchte, wollen wir das als Feature in unsere Seite integrieren? Dann kann man das natürlich einfach mal schnell testen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man es dann halt auch sein lassen und sich die Ressourcen sparen. Klassiker bei solchen Tools ist ja noch, dass du das dem Kunden eingebaut hast und der es irgendwie ausprobiert hat und irgendwie vielleicht sogar sieht, wie es funktioniert, aber dann trotzdem monatelang irgendwie nicht schafft, Ressourcen bereitzustellen, um auch wirklich was zu testen. Ich meine, euer Tool und der Erfolg eures Service hängt ja davon ab, dass der Kunde sich auch ein bisschen Mühe macht und sagt, er legt jetzt hier mal so ein paar verschiedene Versionen an, die er gegeneinander testen könnte und macht die Buttons mal in unterschiedlichen Farben und irgendwie mal unterschiedliche Arten von Produktauswahlen auf bestimmten Landingpages und so weiter. Da muss ja der Kunde eigentlich auch nochmal so ein bisschen Gehirnschmalz und auch Entwicklungsarbeit einstecken, um euer Tool optimal nutzen zu können. Ja, meine Vermutung wäre jetzt, das tun nicht alle Kunden in dem Maße, wie du es dir wünschen würdest. Wie motivierst du die? Da kann ich nicht widersprechen. Wir haben den großen Vorteil, dass wir sehr serviceorientiert sind und ganz, ganz viel für die Kunden machen. Das heißt, uns reicht im Endeffekt eine Idee oder ein Briefing. Im besten Fall ist es wirklich ein komplettes Briefing, wo auch schon drin steht, wie groß soll sowas sein und wo genau soll es sein und so weiter. Aber für einfache Sachen, wie zum Beispiel so einen schwebenden Warenkorb, können wir auch einfach mal was anlegen und dann sagen, jetzt guckt doch mal, ob euch das gefällt und dann schauen wir von da an weiter. Das heißt, wir versuchen schon auch immer neue Impulse zu liefern. Eben Kunden, die vielleicht selber die Ressourcen nicht so haben, auch mal, wenn wir einen erfolgreichen Case hatten, dann einfach mal wieder so durchzugeben. Hey, wir haben was Neues ausprobiert und das hat gut funktioniert. Wollt ihr das nicht auch mal testen? Aber klar, das ist natürlich immer ein Thema, dass die Ressourcen nicht zu jeder Zeit so vorhanden sind, wie man das gerne möchte. Aber ich glaube, da kommen wir dann eher sogar als unterstützender Punkt ins Spiel, als daran hindern zu sein. Black Friday ist das beste Beispiel immer für uns. Also um auch mal die Wichtigkeit dieses Tages bei uns vorzuheben. Wir haben halt zweieinhalb Wochen Urlaubssperre in der Zeit im Accountmanagement, weil einfach alle durchdrehen. Also CI spielt keine Rolle mehr. Alles muss schwarz sein und blinken. Countdowns überall auf der Seite eingebunden werden. Und was man halt früher klassisch eben dann in der IT gemacht hat, wo die dann eben alle Tickets bekommen haben. Wir hätten gern Countdown da, Countdown da und überall alles schwarz. Das machen halt dann wir. Das ist jetzt nichts, wo dann am Ende hart ausgerechnet wird, hat uns das einen krassen Performance-Ablüft gegeben, sondern das ist einfach nur was Funktionales, was dann halt über ein externes Tool abgebildet wird. Okay, interessant. Dabei fiel mir noch eine Frage ein, die ich vorhin vergessen habe. Also fand ich interessant, dass ihr dann da auch tatsächlich nicht nur das Tool zur Verfügung stellt, sondern auch mal quasi ein bisschen Content und Kampagnen für die Kunden auch baut. Also eine Mischung aus Tool und auch so ein bisschen Agenturdienstleistung dran. Das hat mich an die Frage erinnert, die ich vorhin schon stellen wollte, was der Kunde eigentlich für euer Tool oder für euren Service bezahlt. Vermutlich ist, wenn da jetzt bei euch ein Techniker irgendwie drei Stunden dran sitzt, um die Seite von Kaufhof schwarz einzufärben und einen Countdown draufzuschrauben, dann kostet das wahrscheinlich irgendwie einen Stundensatz oder sowas. Aber grundsätzlich wird das Tool wahrscheinlich auch irgendwie nochmal ein anderes Preismodell haben, oder? Ja, also auch tatsächlich eine interessante Frage, weil du jetzt genau das beschrieben hast, wie es nicht funktioniert. Also eben um zum Beispiel die Seite schwarz einzufärben oder einen Countdown auf die Seite zu bringen, da brauchen wir keine Technik dafür. Das machen meine Leute, also das Accountmanagement mache ich auch immer noch selber. Also ich betreue ja auch noch Kunden, so ist es nicht. Dann können wir mal ein paar lustige Anschläge machen, wenn du Kaufhof schwarz einfärben kannst. Das können wir gerne mal besprechen. Aber nee, also das Ding ist, dass eben bei uns im Accountmanagement alle auch ein technisches Grundwissen haben und auch viele sehr, sehr fit sind. Deutlich fitter als ich zum Beispiel bin. Das heißt, solche Sachen machen wir im Accountmanagement selber. Und das ist auch alles Leistung, die ist in einem Fix-Feed, der der Kunde zahlt, je nachdem, wie viel Traffic der auf der Seite hat, enthalten. Es gibt schon Projekte, wo wir dann auch mal nochmal separat irgendwie bepreisen. Aber da reden wir wirklich von Individualentwicklungen, die nur die Technik machen kann und die auch mal ein, zwei Tage dauern. Sowas wie ein Countdown reinmachen, dauert bei uns eine Viertelstunde. Deswegen, das ist einfach eine Leistung, die wir erbringen und die ist enthalten in dem. Natürlich muss man manchmal sagen, so jetzt für den Monat müssen wir ein bisschen Piano machen, weil jetzt haben wir schon echt richtig viel Zeit investiert. Aber im Normalfall kriegen wir das zeitlich eigentlich immer alles ganz gut gemanagt. Weil wie du auch sagst, die Ressourcen sind ja auch knapp, um ständig neue Briefings zu schicken. Das heißt, da kommt ja auch nicht jeden Tag fünf Sachen, sondern das ist ja schon, das hat ja eine gewisse Regelmäßigkeit. Aber es ist ein Fix-Summen, was im Monat gezahlt wird, im Endeffekt. Was passiert mit eurem Business in einer möglichen Zukunft, in der es immer weniger Cookies gibt? Da wird ja zurzeit viel darüber diskutiert, über Cookieless Future. Wie abhängig seid ihr davon und wie sehr funktioniert es auch ohne? Ja, also spannenderweise ist es gar nicht so ein großes Thema für uns, weil wir können theoretisch auch komplett Cookieless tracken. Wir haben damit auch bei anderen Kunden schon angefangen, schon bevor das ganze Thema so extrem in den Mittelpunkt gerückt ist. Deswegen sind wir da gut gewappnet, glaube ich, für die Zukunft. Es wird natürlich dahin gehen, dass wir dann auch mit Kunden jetzt dann das Tracking so ein bisschen umbauen und sagen, okay, wir bearbeiten dann wirklich einfach ohne Cookies. Dann ist das gar kein Thema mehr. Und ganz viel Information, die eben nicht komplett personenbasiert ist, sondern irgendwie eben Interest-based oder so Geschichten, die ich gerade gesagt hatte, die sind davon unabhängig und die sind auch irgendwo im Browser vorhanden. Die können wir sowieso ohne Cookie-Informationen auslesen. Aber ich glaube, wir sind, ohne zu wissen, dass wir das irgendwann mal so dringend benötigen werden, da ganz gut aufgestellt. Okay. Dann würde mich noch interessieren, wer so eure Wettbewerber sind. Das muss ja, das ist ja ein relativ naheliegendes Thema. Es muss ja irgendwie auch ein paar Amerikaner geben, die das schon irgendwie seit ein paar Jahren machen. Tauchen die hier auch auf? Da bin ich tatsächlich gar nicht so der richtige Ansprechpartner, muss ich ehrlich sagen, weil ich mich sehr wenig mit dem Mitbewerb beschäftige, weil es für uns aktuell nicht so notwendig ist. Also wir haben meistens langfristige und sehr, ich sage mal, treue Kundenverhältnisse, einfach weil wir eben auch so ein persönliches Verhältnis haben und sehr, sehr serviceorientiert sind. Ich würde mal vermuten, das liegt auch sehr daran, dass es auch sehr kompliziert ist, für die Kunden sowas wieder aus- und in anderen einzubauen und so. Das liegt rein an unserer Qualität. Ja, weil du so nett bist, sicherlich auch. Das glaube ich auch. Ganz genau. Also ja, es sind natürlich viele Themen, die da ineinander spielen, aber ich glaube schon, dass einfach auch diese Unterstützung und natürlich auch, wenn man Themen auch irgendwann mal aufgebaut hat oder eine Strategie hat, dann möchte man mit dem Partner weiterarbeiten. Das glaube ich schon. Es gibt natürlich schon Mitbewerb, die viele Dinge machen. Es gibt ja auch reine Anbieter, die zum Beispiel nur Recommendations machen oder reine Anbieter, die nur AB-Testing machen. Wir sind halt irgendwie immer so ein bisschen in der Mitte, weil wir vieles ineinander vereinen, also eben Personalisierung, Recommendations, AB-Testing, was für gerade den Mittelstand sehr interessant ist, weil man eben dann nicht von drei, vier Tool-Töpfen irgendwie naschen muss, sondern halt alles in einer Hand hat. Aber ja, also die gibt es schon, aber ich beschäftige mich nicht so sehr damit. Ja, okay. Sehr vernünftig. Von mir aus auch ein sehr schönes Schlusswort. Das hat mir sehr gut gefallen. Vielen Dank für die Vorstellung von Turbo und dir, Anna. Cool, dass du dabei warst. Dankeschön. Ich freue mich, dass wir uns spätestens Ende März, Anfang April wieder auf der D3-Con in Hamburg sehen. Ja, da freue ich mich auch drauf. Cool, dann weiterhin viel Erfolg und bis bald. Dankeschön. Danke.